Feuer-Modi-Wechsel... ...gefunden hab... ...ist auch am Nitt der einen Schwenigen-Spiele, wo man richtig sieht... ...unten rechts wie er hin- und her-switcht den Feuer-Modi... ...den Schalter. Das hat man auch nicht bei jedem Spiel. Echt? Wird doch gemacht... Nein! Treffe! Komm schon, zeig dich! Ah, da ist neune! Nachladen! Ziel am Boden! Kontakt links! Ah, das müssen wir nicht mehr schießen wollen... ...ist fertig! Startriff! Geräumt! Alles geräumt! Reaper 3-1! Hübsche Geschütze! Ist da noch jemand? Oh, jetzt wird langsam tag... Flür zeigt keine Bewegung über ihnen an... ...aber es gibt überall Wärmesignaturen... ...und bei so'n großes Feuerhächtchen, das ist klar... Geroff! Augen auf und zum Abstand achten! Er fliegt aber ganz schön tief! Oha, oha! ... 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 Der ist leicht kopflos. Oh cool. Oh, ein Headshot. Ich habe Blut auf mein Gesicht. So ist das schon gleich wieder besser gesicht. Okay, wir gehen zurück an die Arbeit. Dankeschön. Dankeschön, Panther. Glaube ich doch mal, dass du da bist. Pitcher? Voodoo? Das ist der Panther. Ne? Ich bin mir nur irgendwie angezeigt. Schade. Oder doch? Ne, Masse. Tür, eintreten. Eintreten. Viel Blut. Oder die restlichen Leichen verdammt. Oh ja. Doch, klar. Noch mehr Blut. Rabbit, gehen Sie voraus. Ich immer wieder, natürlich. Kontakt. Wir sind fertig. Gibt es doch ja nicht. Deine Pistole. Oh, ist dunkel. Kann ja wie sie wieder aus. Da ist noch ein Lager. Himmel. Wie konnten wir diese Scheiße übersehen? Oha. Oha. Das gibt es uns am Boden. Los. Dorothy ist auf der anderen Seite. Jimmy, wir sind fast beim OP. Wir sind ein großes EQ-Lager. Viele Kämpfer. Flugabwehrstellung. Echt gefährlich. Ist Reaper 3-1 noch bereit für Ziele? Warten Sie. Reaper 3-1, Jimmy. Neptun hat noch Ziele. Können Sie das übernehmen? Neptun 1 kehren zur Basis zurück. Reaper 3-1. Wir brauchen von ihm noch einen Angriff. Neptun 1 brauchen 5 Minuten. Dann bekommen Sie Ihren Angriff. Aber nur einen. Sorgen wir dafür, dass er richtig einschlägt. Es wird bald Tag. Und dann sind wir eine Zielscheibe mit Flügeln. Dann für euch. Erst auf meinem Befehl hinfeuern. Okay. Haben ein paar Aufschläge zu machen. 6, 7 sind nicht wenig. Macht da jemand Rabbit wach? Sorn! Rabbit, unterstatt von Feuer! Tschüss! Heel am Boden. Wird doch gemacht. Tango, links! Oh, zurückziehen. So, jetzt geht Party ab. Granaten. Scheiße. Wir sind fertig. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind fertig. Zeig den Kopf. Öh. Da ist er ja. Nein, 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 nein. Ich brauche eine andere Stellung. Dose. Wir sind aber hier. Tot, tot. Ziel am Boden. Start los. Alles geräumt. Geräumt. Super. Reaper 3-1. Wir haben Ziele. Neptun 1, Roger. Wir kommen zurück. Registrieren jede Menge Bewegung. Roger. Markierung folgt. Oha. Deckung. Runter. Boom. Das spritzt, ihr Haarschlächer. Hahaha. Reaper 3-1. Tango zerstört. Beim nächsten Mal bitte einen Schuss abgeben. Roger. Ja, wir haben jede Menge Bewegung. Und der ist leicht. Sie müssen die Ziele markieren. Und der ist auch leicht. Arnlos. So. 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 Stellung. Suchen Sie sich was aus. Aber schnell. Reaper fliegt nur einen Angriff. Fein. Schluss abgegeben. Nächstes. Einfach so. Heftig einschlag. Äh. Da nochmal einen großen. Fein. 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 Da einen kleinen. Da ist noch was. Abgefangen. Nächstes. Hier was großes rein. Fein. 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 Da noch was rein. Fein. Da hinten. Hau nochmal drin. Und da unten ist noch welche. Na die werden jetzt vollkommen ausgeräuchert. Ey. Da rein. Da hinten. Da hinten. Fein. Komm schon ey. Ja denn. Wenn ihr nicht wollt. Dann hau ich da halt ein bisschen größer rein. Flatsch. Geht doch. Jo. Ihr kommt schon. Ich schließe es schon auf. Schöne M60 hast du. Cool. Hm. Noch eine Minute. Ich kann ja schon mal ein Licht anmachen. Äh. Visier anmachen. Oh hell. Hell. Na. Halt. Wo ist mit dir? Echt alles gemeint. Wie wir immer. Haha. Ich fühle mich. Kontakt. Scheiße. Rabbid. Wir brauchen sie. Was denn? Wo denn? Wir werden markiert. Wir haben gefeuert. Aufwachsen. Aufwachsen. Böppel. Gegenmaßnahmen. Oha. Los. Los. Flers. Das ist blöd, dass unser AC-130 aufgeschossen würde. Ey das ist blöd. Das ist richtig blöd. 2 Ziele links. RPG Rabbit 9 Uhr. Ja. Das ist gut. Gut gemacht. Rücken hoch nachmachen. Ja doch. Wir nutzen die RPG Rabbit. Tot. RPG? Ne hier. MG. Hallo. Ey ran an dir. Ran mit dir. Komm schon. Macht's auch vielleicht oben. Habt vielleicht. Wir sind erledigt. Ja. Bam. Reeper 3 1. Nessun 1. Sie können jetzt zur Basis zurückkehren. Ich finde Flares. Verstanden. Ebenso. Wir kehren zur Basis zurück. Schick, schick. Reeper 3 1. Gehen Sie auf Kurs 2 7 0. Roger Bargrumpf. Kurs 2 7 0. Willkommen bei Dorothy. Na komm, hier eine Katzin. Na, Katzin oder nicht? Oh Katzin, bin wir ruhig. Sir, AFO Wolfpack meldet 100% Ziele zerstört. AFO Neptune ist immer noch mit Zielen am Südende des Wals beschäftigt. Hatte ich nicht deutlich gesagt, Sie sollen Bodentruppen reinschicken? Was ist mit der Infanterie? Ich warte auf Vögel, um diese Truppen reinzubringen, Sir. Die bekommen wir aber erst um 0800. Und was ist bis dahin? Wir schicken jetzt die Afghanen in den Kampf, Sir. Wir nennen sie die Task Force Rebel. Wir begrüßen, dass die Afghanen etwas beitragen wollen. Aber Sie haben zwei Bataille, die bereit sind. Die sollten wir ins Gefekt schicken. Sir, die ANA ist überaus fähig. Sie kennt das Gelände, die Standorte der feindlichen C2s. Und außerdem wird die Task Force von unseren besten Unteroffizieren angeführt. Verstanden. Aber wann können unsere übrigen Männer dort sein? Sobald die Chinooks betankt und beladen sind, kann es losgehen, Sir. Was ist passiert? Sir, wir haben den Feed von Reaper 3 1 verloren. Unser Kampfhubschrauber ist auf Position. Bagram Reaper 3 1 sind wieder online. Sind das unsere Fahrzeuge? Reaper 3 1, haben Sie Sichtkontakt für den Konvoi in Raster 160 959? Ja, Sir. Verbündete? Reagieren nicht auf Blink-Signale, Sir. Synchronisieren Waffen mit unserem Flirt. Wir haben Meldungen über Hinterhalte in dem Gebiet. Sind das Freunde oder Feinde? Nicht sicher, Sir. Und Sie geben keine Antwort auf Blink-Signale? Negativ, kein Signal. Können Sie Waffen sehen? Positiv, Sir. Also nicht identifizierte Fahrzeuge mit Waffen in einer Risikozone? Die Fahrzeuge sind nicht eindeutig identifiziert. Reaper 3 1, Sie haben Angriffsfreigabe für diese Fahrzeuge. Bagram, hier ist Colton O'Leist. Wir haben anscheinend schweren Feindbeschuss. Haben Sie unser Raster im Blick? Deckung, Deckung! Bagram, wir wurden angegriffen! Wir müssen supportige Unterstützung in Raster 160 9! Wir müssen Feuer einstellen, einstellen, das sind Verbündete! Wer spricht da? Hier ist Panthers. Sie greifen den Konvoi der TSR-F-Fahrer. Feuer einstellen, Feuer einstellen! Feuer einstellen! Sie drehen durch, Sir. Wo wollen Sie hin? Scheiße! Amethon, Williams, nimm Sie den Truck, bringen Sie sie zurück! Sir, wir haben die Task Force Rebel verloren. Sie fahren zurück nach Gardez. Die Afghanen sind bei dieser Sache kein entscheidender Faktor. Schicken Sie die Ranger in das Tal. Da die EFO-Teams die Tile zerstört haben, wird es kaum Widerstand geben. Sir, die EFO-Teams können weiterhin Luftangriffe anfordern. Schicken Sie die Ranger rein! Verstanden? Selbstverständlich, Sir. Schicken Sie die Ranger rein!